Herzlich Willkommen zu einem neuen HarleySide Podcast. Kommen jetzt die Harley-Davidson 120 Anniversary Modelle? Ja, wo bleiben sie denn? Spektakulär wurden die Harley-Davidson 120er Jubiläumsmodelle am 18. Januar angekündigt, aber zu sehen sind sie noch nicht. In meiner Nachrichtenzentrale sind dazu bisher folgende Informationen eingetroffen. Sie sind auf dem Weg, die ersten sollen bereits Europa erreicht haben. Das müssen sie auch, sonst wird der groß angelegte 120 Anniversary Vorstellungstermin, der am 29. April 2023 bei vielen der Harley-Davidson-Vertragshändler stattfinden wird, wohl für großen Ärger sorgen. Einige Dealer haben diesen besonderen 120er Anniversary Open House Tag auf den 6. Mai verlegt. Nachdem, was man hört, sind sie im Zulauf, trotzdem wird es eine knappe Kiste werden. Der Jubiläumslacksatz hat Art. Es geht vornehmlich wohl nicht ums Kaufen, aber gesehen haben muss man die Geräte schon. Ich konnte in Dortmund schon ein Rot-Light Special Anniversary bestaunen und habe im Grunde vor Aufregung nicht ein wirklich gutes Foto von ihr gemacht. Gibt es die Anniversary-Modelle schon irgendwo zu sehen? Es gibt in Deutschland derzeit nur die Rot-Light Special Anniversary, soweit ich das weiß. In Budapest steht eine Heritage Anniversary. Das ist das Promobike, welches sie zum 120-jährigen Jubiläum in Budapest verlosen werden. Die Engländer sollen sogar eine von den Anniversary Rot-Light CWO-Modellen haben. Die war kurzzeitig auf der Motorradmesse in Prag zu sehen. Die wird sicherlich wieder in England sein. Welche Modelle gibt es in der 120-Anniversary-Ausführung? Wenn wir mal das doppelt limitierte CWO-Modell mit dem Special Special Eagle Sonderlack nicht mit aufzählen, hat Harley Davidson sechs Modelle mit der 120-Jahre-Jubiläumslackierung versehen. Sie sind alle limitiert, nur die Einheiten sind bei einigen Modellausführungen unterschiedlich. Von der Anniversary Triglight Ultra gibt es weltweit nur 1100 Modelle. Ich bin gespannt, ob wir von ihr in Deutschland überhaupt eine zu sehen bekommen. Die Triglight Ultra ist in den USA besonders beliebt. Das ist keine Überraschung, sie wird besonders auf der Langstrecke ein idealer Begleiter sein. Wenn ich an die langen Highways in den USA denke, kann ich die amerikanischen Biker verstehen, die sich auf der Triglight Ultra den Wind um die Nase wehen lassen und dabei noch sehr bequem touren. Gefahren bin ich sie noch nicht, weiß aber von Freunden, dass sie ursprünglich nur wegen dem fehlenden Motorradführerschein erst Triglight fahren wollten, um später auf das Motorrad umzusteigen, wenn sie den Schein in der Tasche haben. Die fahren heute noch Triglight, aber nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Auch so kann es mal laufen. Ultra Limited Anniversary Das Ultra Limited 120 Jahre Jubiläumsmodell ist weltweit auf nur 1300 Einheiten limitiert. Die ist somit ebenfalls besonders rar gesät. Harley Davidson hat gerade mal vier Bilder von diesem großartigen Tourer veröffentlicht. Sie bietet ja besonders viel Fläche für den Highallume Fade Anniversary Lacksatz. Ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, aber wie gesagt, sie ist generell wo rar. Nicht nur das Bildmaterial, auch das Bike wird sicherlich sehr rar sein. Die Streetlight Special Anniversary Ja, die 120 Streetlight Special Anniversary ist sicherlich der Topseller unter den Jubiläumsmodellen. Die Street- und Rotlight Special Modelle sind beide im Black-Trim-Design. Der Motor, die Auspuffanlage, Gabel und viele weitere Parts sind tiefschwarz gehalten. Die Rotlight habe ich ja schon sehen können. Das ist eine Augenweide. Die Rotlight Special Anniversary Von der Rotlight Special Anniversary gibt es 1600 Exemplare. Sie war live auf der Motorräder Dortmund Motorradmesse zu sehen. Das war in Deutschland die Premiere. Mehr gibt es bis dato von ihr noch nicht zu sehen. Ab Mitte April wird sich das aber langsam ändern. Auch die Rotlight Special Anniversary ist im Black-Trim-Design. Das steht ihr echt gut. Die Rotlight Special oder auch die Rotlight ST mit dem 117er Motor sind generell Klasse-Tourer. Wobei mein Favorit die ST-Modelle sind, mit denen ich im letzten Jahr unterwegs gewesen bin. Die Heritage Classic Anniversary 1700 Exemplare Die Heritage Classic ist generell ein sehr souveränes, gutes Bike von Harley-Davidson. Die kann irgendwie alles, ist sehr gut zu handeln, hat Druck aus dem Keller und vor allem ist sie langstreckentauglich. Dazu findet ihr auf meiner Webseite auch ein 10.000 Kilometer Fahrbrick. Schaut euch den gern mal an. Ihre Lichtausbeute mit den LED-Scheinwerfern ist genial. Ihr Design ist Geschmackssache, aber von den Fahreigenschaften und Sitzeigenschaften gesehen sicherlich eine der besten im Harley-Davidson-Portfolio. Von ihr gibt es sicherlich nicht ohne Grund 100 Exemplare mehr von der Anniversary Collection. Sie ist im Chrom-Finish-Design gehalten. Das passt sehr gut zu ihr. Eine von den Heritage-Modellen steht schon in Budapest. Wer dort an der Verlosung auf dem 120-Anniversary-Festival in Budapest teilnimmt, kann sie mit etwas Glück gewinnen. Fatboy 114 Anniversary 3000 Exemplare Von der Fatboy 114 Anniversary gibt es 3000 Stück. Das hört sich erstmal viel an, aber Harley-Davidson wird sich dabei etwas gedacht haben. Sie ist die schnellste seriemäßige Harley und regelt erstmal 190 ab. Das wissen viele gar nicht, aber um Schnelligkeit ging es bei Harley-Davidson eigentlich noch nie wirklich. Sie hat einen sehr guten gerade Auslauf und ihr 240er Hinterrad liegt satt auf der Straße. Nur wenn es in die Kurve geht, muss man sie richtig reindrücken. Sie will gefahren werden und fährt nicht von alleine. Man könnte sagen, die Fatboy ist in dieser Beziehung etwas stur, aber wenn man die Fatboy aus der Kurve zieht, ist Spaß angesagt. Die 120 Anniversary Modo Closus Collection Die 120er Modo Closus Fashion ist dagegen schon erhältlich. Der Einstieg für dieses Anniversary T-Shirt liegt bei 54 Euro, wenn man zu den Schlanken gehört. Mehr Stoff kostet mehr Geld. Die Fülligeren unter uns zahlen mal eben 65 Euro für das optisch gleiche 120 Anniversary T-Shirt. Bei den Ladies starten die Anniversary T-Shirts bei 47 Euro für XS und 58 für 3W. Schöne Sachen sind dabei, aber man muss es echt wollen. Auf jeden Fall ist das Harley-Davidson-Jubiläum in diesem Jahr das große Thema. Das Highlight wird in Budapest das Festival sein. Darauf freue ich mich riesig. Viele von euch planen richtig schöne Touren dorthin. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn die Gruppen plötzlich immer größer werden, als gedacht. Mitunter muss man ja schon genau wissen, wo und welche Strecke es werden soll, wenn man noch Übernachtungen einplant und plötzlich 10 Zimmer in einem Hotel benötigt werden. Ein Tipp wäre noch der Zwischenstopp in Dresden. Dort ist der Biergarten Schillergarten, wo sich viele Harley-Biker zum Zwischenstopp treffen werden. Man darf es ja nur nicht übertreiben, wenn man am nächsten Tag wieder in Richtung Budapest fahren will. Sonst verlagert sich schnell mal das Event. Und schaut euch meine Tipps zur Budapest-Tour an. Denkt dran, dass ihr mit eurer Versicherung abklärt, ob ihr eine Osteuropa-Klausel im Vertrag habt. Dazu findet ihr auch einen Beitrag mit vielen Tipps auf der harleyside.de. Ansonsten ist erstmal alles gesagt. Freuen wir uns auf eine großartige Saison 2023. Und wenn Harley-Davidson uns schon so eine gute Feiervorlage gibt, feiern wir doch alle gerne mit. In dem Sinne, weitere Infos findet ihr natürlich auf www.harleyside.de. Und ich wünsche uns allen eine tolle Saison 2023.